Hallo und herzlich willkommen. Was haben wir uns für heute als Vorschlag für eine gute Tat überlegt? Sei einfach mal zumindest heute hilfsbereit und zuvorkommend zu Personen, ist ganz egal, ob du jetzt älteren Leuten über die Straße mithilfst, ob du einfach mal heute für eine Person, die du noch nicht kennst oder auch für eine Person, die du kennst, die Tür aufhältst, oder das durchlässt. Oder wenn du im Supermarkt zum Beispiel einkaufen gehst und stehst an einer längeren Schlange, dass du einfach auch mal guckst, ist hier jemand dabei, der hat vielleicht ganz wenig mit und du lässt die Person dann entsprechend vor, dass er rangehen kann. Solche Kleinigkeiten, die das Leben eigentlich nur untereinander und miteinander schöner machen und da wird man dich bitten, dass du als gute Tat das jetzt heute oder morgen mal ausprobierst und umsetzt. Also ich würde mich freuen, wenn da viele mitmachen und wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss!